Wenn auch Sie keine Zeit oder Lust auf mühsames Kochen haben, dann werden Sie Livington Magic Cut lieben. Der schnelle, einfache Weg zu frischen, köstlichen und gesunden Mahlzeiten in kürzester Zeit. Wählen Sie einfach den gewünschten Einsatz und Magic Cut schneidet, mischt, hackt, reibt, schlägt und rührt innerhalb von Sekunden. Mit den einzigartigen Quattro-Cut-Klingen schneiden Sie auch große Mengen Zwiebel ohne eine einzige Träne. Und das 80 Mal schneller als mit einem Messer. Zerkleinern Sie hochwertiges Rindfleisch für das beste und schnellste Beef-Tata aller Zeiten. Kriegen Sie harte Nüsse in Sekunden klein und genießen Sie köstliche Nusspfannkuchen. Aus ein paar gefrogenen Früchten und Joghurt macht Magic Cut superschnelles, unwiderstehlich cremiges Eis ohne Kalorien. Dank der praktischen Einhandbedienung drücken Sie einmal kurz für grob geschnittenes, zweimal für mittelgroße Stückchen oder dreimal und schon ist alles perfekt klein gehackt. Einfach Motor aufsetzen und schon geht es los. Wechseln Sie auf den Schlageinsatz und machen Sie in Nullkomman nichts herrlich cremige Schlagsahne. Geben Sie den Rühreinsatz in den Magic Cut und wenige Sekunden später steht ein herrlich frisches Himbeerfrappé auf dem Tisch. Magic Cut ist auch ideal für die Zubereitung von Babynahrung aus frischen Zutaten, denen Sie zu 100% vertrauen. Ihr Kind wird es lieben! Das Geheimnis liegt im kraftvollen 300 Watt Motor, der die QuadroCut Klingen ohne Leistungsverlust mit einer Power von unschlagbar 4200 Umdrehungen in der Minute antreibt und in Sekunden für traumhafte Ergebnisse sorgt. Damit schneiden, reiben und hacken Sie bis zu 80 Mal schneller als bisher. Vergessen Sie sperrige Küchenmaschine. Magic Cut ist so handlich wie eine Küchenrolle. Und das Beste. Stoppeln Sie den Deckel zu und schon können Sie den rutschfesten Auffangbehälter ohne jeden weiteren Aufwand praktisch zur Aufbewahrung nutzen. Die Reinigung aller Magic Cut Teile erfolgt ganz einfach in der Spülmaschine. Livington Magic Cut ist der Küchenhelfer des Jahres. Magic Cut macht Spaß beim Kochen. Magic Cut macht Lust auf Essen. GBP Mhf 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 Untertitelung des ZDF, 2020